nagelpistole habe ich da noch munition er muss nicht getötet werden wo ist der typ hin so das nehmen wir mal mit das hier brauche ich nur für den fall inventar ist voll ok wo sind die mechaniker die wir suchen techniker und den leiter der anlage müssen wir auch noch töten ich vergifte mal das hier gönn dir und er hat das nicht gesehen ok und wo ist der töte den ersten techniker ist er dann gewesen oder er misstrauisch äh nein das wollte ich jetzt nicht der kann kein ding zu machen aber der eine ist doch schon tot oder nicht hier was soll ich damit jetzt machen ah er ist es glaube ich ähm ich nein nicht das ich vergifte mal habe ich noch irgendwas zum vergiften ich kann das mit ihm was kombinieren ich glaube er ist da hinten den ich suche um zu Was ist das? Okay, haben wir geschafft. Er war der, den wir gesucht haben. So, auch einmal kaputt machen. Und einstecken. Für ein 8-jähriger Junge verliert er sicherlich etwas extra Wissen von der Dunkelheit, die er serveert. Mit dem Fusen zu brechen, hat er sicher, dass die Dunkelheit nicht leben wird für Ludlow. Schon Ende, oder wie jetzt? Ah ja, oh, äh... Zagatanas haben wir geschafft. Run. Level abgeschlossen, Kapitel 2, Level 3. Okay. Wie viele Level hat eigentlich das Spiel? Oder Kapitel? Die vierte Horn echoed from the mountains as the animals all hailed the coming of the New Age. One-third of the light shining from the sun, the moon, and the stars became dark. A lunar eclipse graced the sky fittingly as the Lord was returning to walk the Earth. A nearby research facility kept a locust farm, fitting our plans for the fifth Horn. The book of Revelations predicted a fiery chasm with a great cloud of smoke rising out. The sun and the air would turn black, and a swarm of locusts would emerge from the smoke. All this would burn, and the insects would roam the fields. Okay, äh... Hier brennt einfach alles. Finde Salz. So, dahinten gibt's Salz. Alles hier Sperrgebiet. Wir brauchen 1, 2, 3. Drei verschiedene Schlüssel. Ähm... Hallo? So, fortsetzen? Jetzt. Wollt schon sagen. Jesus Christ. Das ganze Ort ist auf Feuer. Was zur Hölle werden wir tun? Ich denke, es war ein Kind, der es macht. Das weirste Kind. Gilmore. Es war etwas nicht richtig da. Ich bin nicht sicher, was ich sah, aber etwas war nicht richtig. Ja, genau. Warum? W-what do you mean, Joe? Well, this might sound odd, but I think... I think the kid was on the fire the whole time. I need to tell them to get the hell out of there. Okay, hier gibt's noch ein Kind. Ähm... Okay, irgendwas ist mit dem Auto, dass er anfängt zu rupen. Die Konfrontation. Und haben wir hier entflammbar. Ich lasse das mal... Haben wir noch ein Feuerzeug? Ja. 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 Ich kann das... Kann ich das öffnen? Okay, ich hätte trotzdem gern mein Feuerzeug dann wieder. Kann ich sie anderweitig töten? Ähm... Kann ich... Ich kann das nicht miteinander kombinieren. Okay, ähm... Brieftasche hätten wir hier. Ein Kreissägenblatt. Ich kann hier durchs Feuer gehen. Okay. Er hat einen Schlüssel. Und hier haben wir ein Klo. Ähm... Ein Kanister mit Wasser drin, ne? Hier können wir duschen. Hier ist ein Teufelchen. Hier könnten wir uns auch noch zur Not, äh... Aufladen. Alter, hör auf zu ruckeln Spiel. Beruhig dich mal. Okay. Sie müssen wir töten. Sie müssen wir töten. Ist hier gerade jemand... Ist hier gerade jemand einfach gestorben? Und das wurde... Tatsache. Hier ist einfach jemand mal gestorben. Ohne dass ich, äh... Für verantwortlich war. So, ich versuche den mal hier hinzulocken. Ins Feuer. Kommt er? Kann ich ihn einfach ins Feuer laufen lassen? Die sind einfach beide in die Flammen gelaufen. So, was ist mit ihr? Ich steuere die auch mal und lasse die einfach ins Feuer laufen. So, ich lasse ihn auch mal brennen. Okay, das sind einfache Morde, die wir hier machen. So. Hier haben wir Salz. So, die Schlüsse bräuchten wir. So. Äh, lassen. Ich kann... Was ist denn jetzt gerade wieder los? So, jetzt aber. Komm, renn ins Feuer. Noch mehr Kraft. Nice. Wir lassen einfach jeden hier verbrennen. Wie viele gibt es denn hier noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Okay, es ist aber praktisch, wenn die alle hier einfach ins Feuer rennen können. Wenn wir die einfach... Wir hätten den auch hier gehen lassen können. Hier ist auch Feuer. Erste Heuschrecken befreien. Ist die Aufgabe. Kann ich die miteinander kombinieren? Explosive Verbindung. So, hier war doch gerade noch irgendwo irgendwer. Hier. Gibt es denn noch mehr, dass wir in die Luft jagen können? Wir hatten nur ein Feuerzeug. Da. So, ich hoffe, wir können da vorne gleich einen Double Kill machen. Okay, wir kommen nicht so einfach zu ihm. Macht er jetzt die Tür auf? Das ist doch nicht so. Okay, das ist doch nicht so. Okay, nice. Wir haben beide gleichzeitig getötet. So, wir haben den Schlüssel. Den bitte nicht mehr ziehen. Was haben wir hier? Gibt es hier noch mehr explosives Zeug? Da draußen ist jemand panisch. So, wofür ist das? Verwenden. Ah, okay. Eine Person ist da noch. Okay, wir haben zwei lebende Personen noch. Ich kann jetzt nicht sehen, ob er einen Schlüssel hat. Tür zum Gewächshaus. Irgendwo muss noch ein Schlüssel sein. So, hier haben wir noch mal Gift. Gift nehme ich immer mit. Oder gibt es da noch einen anderen Weg dahin? Ah, warte mal. Hier geht es nach oben. Vielleicht gibt es hier einen Schlüssel, oder? Okay, wofür war das jetzt? War das jetzt für einen Mord? Tatsächlich, wir hätten hier jemanden umbringen können. Hier ist verschlossen, da kommen wir nicht durch. Ich kann das Ding nicht einmal verschieben. Wirklich, was das Schloss ist, äh, der Griff und, äh, geschmolst und deshalb instabiliert. Keine schmale Flamme kann so etwas bewerkstelligen. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir, äh, diese Nummer anrufen, wenn wir diese Nummer anrufen. Da stand ja, die, also stirb. Mh, habe ich sonst noch was? Äh, Salzbehälter. Explosive Säure. So, Feuerzeug. Weißt du was? Machen wir so. Wir lassen sie halt mal in die Flammen reinlaufen. Wie alle anderen auch. Guck mal. Gesell dich mal zu deinen Freunden. Oh, wie schön hier alle rumliegen. Achso, ich habe eine Sache wieder vergessen. Ähm. So. Und fortsetzen. Ich war auf der falschen Seite der Cam, äh, des Bildschirms. Mit der Cam. Können wir irgendwie da rein? Tatsache, wir können hier rein. So, das Ding war am Weg. Oh, wir haben hier... Das ist eigentlich noch mehr Gift. So, jetzt können wir hier durch. So, aber wie kommen wir da rüber? Kann ich das da kaputt machen? Oh. Hier war noch ein Schlüssel. Und ich hoffe, das ist der Schlüssel dafür. Ähm. Da hinten gibt... Ähm. What the fuck? Holy shit. Okay, nice. Dann haben wir ihn jetzt auch erledigt. So, aber mein Feuerzeug ist weg. Dann haben wir jeden jetzt getötet hier. So, wie kommen wir jetzt zu den Heuschrecken? Ah, hier gibt's noch jemanden. Eine Person haben wir hier noch. Den wir töten müssen. Oder die? So, hier. Hier. Ihr seid frei! Freiheit für die Heuschrecken. Okay, ich glaub, ich hab jetzt keine Wahl, außer hier durch zu gehen. Oh mein Gott! Ne. Hab ich nicht. Oh mein Gott! Okay, wofür war das jetzt? Ja. Ja. So, werte her. Bitte renn ins Feuer. Nice. So, können wir hier? Ja. Okay, äh. Dann hätten wir das mal. Später Bereich. Hier kommen wir nicht weiter. Vielleicht außen rum. Und? Dann... ... you are so pathetik you're struggling to be worthy of god's love it's only when you face real despair that you truly find your so pathetik self so i'll show you Ich nehme alles von Ihnen aus, und wie Sie tun, zeigen Sie Ihre Farben, so dass diejenigen, die diese Reine der Höhe auf der Erde, beherrn Sie Gott's Liebe. Mr. King War, Sie sollen uns über die Mehrheit verletzt werden. Die Propheze ist fast veröffentlicht. Okay, das ist die Person, die die... Oh, Kettensäge. Können wir damit... ...jemanden zwingen, das aufzunehmen und dann... ...nehmen. Und Leute hier niedersägen. ...verwenden. Ähm... Okay, wir müssen eben schnell... ...habe ich irgendwie was, um die... ...niederzubrennen oder so? Komm, ich komme da ansonsten nicht vorbei. Okay. Flamber? Ah! Ah! Ja. Ähm. So, jetzt aber. Mist. Er ist jetzt hinter mir her. Kann ich ihn ins Feuer locken? Da komme ich nicht weiter. So, kann der brennen? So, äh, abwarten. Jetzt ist es nur die Frage, können wir ihn auch nochmal? Da vorne brennt es ja auf. Ne, hier können wir ihn nicht brennen lassen, aber da vorne. Ich hoffe, mein Mana reicht aus. Warum brennst du nicht? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Das reicht jetzt nicht mehr aus, um in die Flammen zu gehen. Kann ich hier an ihm vorbei? Isaac Gilmour, da haben wir ihn. So, die Heuschrecken sind jetzt auch frei. So, äh, wie töten wir jetzt Isaac? Äh, Salzbehälter. Oder müssen wir jetzt zu Isaac gehen? Dein böser Bruder, eine andere Mutter. Wie töten wir ihn? Müssen wir ihn töten? Ist seine Schwäche vielleicht Salz? Weil wir ja Salz nehmen mussten. Äh, hier. Ja, hier. so was mit ihm bleibt er noch da hängen wir haben ihn jetzt mit salz getötet ich hab ne idee geh mal ins feuer es hat ein bisschen gedauert so geht zurück zur hauptstraße eine neue nagelpistole aber wir haben ja eine schon dann brauchen wir die nicht noch einmal ok wir machen uns dann auf den weg zurück zur hauptstraße das eine badezimmer müssen wir noch mal betreten damit wir wieder volles leben haben oder auch nicht kapitel 2 level 4 haben wir bestanden bis dahin es beschossen wird als lucius return to the main road of ludlow he was able to see what havoc he created on the small forsaken town the national guard had arrived in roadblocks were put in place as a security measure it was total martial law we waited for the sixth and seventh trumpets to Der Tod von vier Angeln war die Rückkehr der letzten Angeln, und er würde den Skrull zu denjenigen, die die erste Begründung erzielt haben. Dies würde mit einem finalen Trummel, die Attacken erleden. Die Busse der Evacuierung waren eine gute Weg für uns zu gehen, auch. Okay, wir müssen jetzt den Bus kriegen. Habe ich das richtig verstanden? Engel und Dämonen. Level 5. Hä? Ich darf... Warte mal, ich darf da nicht lang... Aber ich muss den Bus kriegen. Okay, das ist eine große Map. Ich muss zum Bus. Er ist panisch. Er ist auch panisch. Aus dem Weg. Ich renne hier einfach mal durch. Achso, ich muss die da wahrscheinlich töten, ne? Hier liegt einfach mal eine Hand. Hier kann ich nicht durch. Ach, wir sind wieder hier. Hier, Engel. Ah, ich muss alle vier Sanitäter da töten. Okay. Wie töten wir alle vier Sanitäter? Nehmen, Bargeld. Können wir vielleicht gebrauchen für irgendwas. Äh, ja. Okay. So, wir brauchen aber ein bisschen Leben. Ach, das ist Mana. Ich brauche aber Gesundheit. Was haben wir hier? Holz-Clots. Hier gibt's auch nur Mana. Hier gibt's auch nur Mana. Hier gibt's auch nur Mana. Äh, Feuerzeug. So, der erste Engel ist tot. So, kann ich ihn in die Plammen gehen lassen? Hier, er brennt ja. Okay, der Engel ist auch tot. So. Okay, sobald einer brennt, äh, können wir alle brennen lassen. So, ist er der letzte Engel? Er ist der letzte. Okay, kann aber mit ihm nicht rennen. Schade. Dank Kontrolle Andrew Gonzalez. Alle vier Engel sind tot. Verwende einen Gegenstand aus der Distanz. Zumal ich hier Kontrolle. Person unter Kontrolle benutzt Gegenstände. Person unter Kontrolle hebt etwas auf. Person unter Kontrolle zerstört einen Gegenstand. Person unter Kontrolle wirft einen Gegenstand. Benutzer-Gedang-Kontrolle, um andere Menschen anzugreifen. Au. Wir müssen da hin. Ähm. Er ist ja immer noch da. Alter, das Spiel ruckelt ja extrem. Und er greift mich an. Yo, ich bin... Mist. Ich komme hier nicht weiter. Okay, ich muss irgendwie weg. Okay, der ist da. Ich muss ihm entkommen, ohne drauf zu gehen. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Hier ist verschlossen. Mist. Mist, wie komme ich da rüber? Hier ist auch verschlossen. Hier. Oh, bitte sie leben. Bitte. Ja. Mist. Weg. Isaac, weg. Heilige Schriftrolle. Wie soll ich da hinkommen? Ah, okay. Hier rum. Wo soll das sein? Die Heilige Schriftrolle? Ich verstehe die Aufgabe gerade nicht. Heilige Schriftrolle. Wir müssen hier hin. Isaac kommt. Habe ich die im Inventar? Nee. Mist. Alter. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht. Äh. Ein Walzklotz. Warum ist hier überall Mana? Ich brauche kein Mana, ich brauche, äh, Dings. Sauber. Okay, heilige Schriftrolle, wir sind immer noch hier. Okay, äh. Wie kommen wir an die heilige Schriftrolle? Die soll ja hier sein. Ähm. So. Ne, das war in die Richtung, hä? Oder? Was ist das hier für ein Raum? Ah, hier gibt's Leben. Und nochmal Gift. Für später. Hier hätten wir Mana. Und nochmal Geld, wenn wir da ran kämen. So, da oben chillt er schon. Der wartet auf uns. Okay, ich kann nichts überspringen. Und ab hier ruckelt es wieder. Äh, äh, der Team von Posaunen zu erfüllen. Das nächste Erstrahlen der Posaune wird die Entrückung bringen. Die Erde fällt meinem Vater für die nächste tausend Jahre anheim. Aber wie besiege ich ihn jetzt? Moin, kommt ihr mit? Da vorne gibt's jemanden, der will euch kennenlernen. Äh, okay, das zählt als Mord für mich. Moin, du bist der Nächste. Okay, ich nehme dich in die Kusty. So, ich renn mal dahin. Warte mal. Ich hab kein Salz. Hier ist verschlossen. Hier kannst du das einfach niederbrennen. Aus dem Weg. Wie besiege ich ihn? Ich brauche nicht irgendwoher Salz. Ich hätte mehr Salz mitnehmen sollen. Komm vorhin. Komm vorhin. Komm vorhin. Ich habe vorher den Level. Wo ist er hin? Kanister mit rutschiger Flüssigkeit. Wasserkanister. Entzündliche Flasche. Jetzt bin ich am Arsch. Ich fang hier... Außen weg. Ich fang hier nicht mehr vorbei. Wie töte ich ihn ohne Salz? Was? Gibt es hier Salz? Das ist eine Apotheke. Ähm... Der hat hoffentlich eine Schwäche für Zigaretten hier, der Gilmord. Jetzt hat es bei mir geruppelt. Derzeit an die Mission. Heilige Schriftrolle. Okay. Wo ist die Heilige Schriftrolle, wenn ich hier sein soll? Der Tod Viererengel würde sich... Ich will wissen, was ich machen muss. Er kommt mir verdammt nahe, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Woher nehme ich eine Heilige Schriftrolle jetzt her? Ich habe sowas nicht im Inventar. Ich habe sowas nicht im Inventar. Ich habe sowas nicht im Inventar. Muss ich ihn töten? Aber wie töte ich ihn? Echt jetzt Geldscheine so schwer, dass man hier Hydranten kaputt macht? Warte mal. Sie hat hier die. Sie hat hier die heilige Schriftrolle, oder nicht? Wie kriege ich von ihr die Rolle? Ich muss von ihr irgendwie die Rolle bekommen. Senzel. Wie viel Teufel sind hier versteckt? Kettensäge. So, wie bekomme ich das von ihr? Ne, das ist eine Schrotflinte, keine Schriftrolle. Wo ist die heilige Schriftrolle? Ich, äh... Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Oh, warte mal. Wird. Okay, wo kriege ich die heilige Schriftrolle? Oder letzte Strafsperre? Ich stehe nur noch die letzte Strafsperre im Weg. Überwinde sie und jeglicher Widerstand, der uns von unserem Ziel hat. Hier, der Tod. Vierer Engel würde den fünften herbeibringen. Dieser wird Lucius die Schriftrolle mit den sieben Siegeln geben. Ich finde den letzten Engel. Ist er der letzte Engel? Heißt das, ich muss ihn dann töten? Ich, ich, ich will verstehen, was die machen muss. Oder ist sie da, die da unten liegt? Und ich muss die einfach irgendwie nochmal töten, auf irgendeine Art und Weise. Und ich muss das, ich muss das, ich muss das, ich muss das. Ah, okay, warte mal. Hier, Muni. Noch mehr Muni. Jetzt. Schnell abhauen, dann ist es vorbei. Ich muss ihn erschießen. So, wo ist die Scharnimmy? ich habe verstanden was sie machen muss immerhin die shotgun von ihr bekommen und dann ihn erschießen und die munition von da hinten holen ja jetzt ich möchte die scene überspringen so ich lock ihn mal erstmal weg warte mal irgendwo hatten wir doch noch Klo gehabt mit Leben ich glaube hier war das nee hier war das nicht hier war das ah ruckel darfst du ruckeln so er ist noch weit genug entfernt ähm kombinieren erster schuss zweiter schuss einstecken kombinieren in die hand ähm gibt es noch mehr munition so wo ist er so jetzt muss er nochmal aufstehen so ich brauche noch mehr muni Mist steck dich ein ähm so wo ist er okay ein ein schuss noch dann ist er hinüber okay die schrothflinte behalten wir erstmal wo ist er wo liegt der jetzt der isaac so ich nehme mal so viel muni mit wie es geht ach das sind nur salzpatronen oder wie und hi alles klar bei dir ich habe jetzt salzpatronen oder ich hoffe das kann ich noch für irgendwas gebrauchen oder für später so äh heilige schriftrolle finde den bus ah wir haben die schriftrolle in der hand okay das ist der bus das ist der bus das ist der bus wo mein handy ist hat den chat noch einmal auf deswegen äh ist jetzt ein bisschen angenehmer dass ich dann den chat auf jeden fall mitbekomme äh deadlock muss ich auch auf jeden fall mal ausprobieren so ich hoffe das ist geil so äh leichenzahl 4 wie oft erwischt 0 wie oft verdächtigt 0 ok ich habe das selber noch nicht muss ich sagen deadlock muss ich auf jeden fall noch ausprobieren also kaufen die Menschen who waren not killed by these plagues still did not repent the work of their hands they did not stop worshipping their puny god the boy sneaked into a bus that was evacuating the town none of the passengers suspected anything while sitting on the back seat he looked down at the scroll he held in his hand it was sealed with seven seals these seals were not to be opened by hand but by actions that would lead to them melting away he had put him through many tests but now I was sure Lucius was worthy of his kindness I would continue to guide him throughout the journey but let him take his own wicked steps that was to look after him when he didn't suspect it and I would be there when he was needed him the prophecy was not yet over but just begun mit wem redet er also er redet zwar mit uns aber er fährt den bus und quatscht währenddessen er könnte streamer sein er könnte streamer sein oh da ich habe viele Sons und ich werde viele mehr haben aber dieser ist spezial dieser weitergeht mich mit seinen kraftvollen Wagen der meine Wacht seine Kreativität ist definitiv ohne comparierung und er wird mehr als bereit sein um uns nach dem Rappen es wird ein Tausend Jahre schmerz als ich meine Platz mit den Immortaten sie werden lernen, um ernsthaft zu nehmen und Lucius wird da mit mir mein Kind, der Schmerz der Schmerz der Antichrist Antichrist achso, wir steuern dies ist das dies ist das Ende moment das ist jetzt schon das Ende Hi Lucifer Außer Gefecht gesetzt Was? Weser Runti Alejandro Leiner Johannes Aikio Heike Plakinen Henrik Lindström Kann ich einfach alle erschießen? Okay, die Schrotflinte bringt mir nichts Dann kann ich auch die Muni wegwerfen Achso, Deadlock kann man nicht kaufen Kann ich ihn töten? Dies ist das Okay, gerade sehr viele Ruckler Dies ist das Ende Hier sind Nägel Bier Okay, schade Müssen wir jetzt eben Kann sein, dass ich an einem anderen Game gedacht habe Wirklich Ich kenne Deadlock jetzt nicht Muss ich ehrlich sagen Wir haben keine Muni mehr Wir haben keine Munition mehr Doch, hier Hier haben wir noch Nägel So Alter, wie viele Frames sind gerade verloren gegangen? Sorry Ich sehe Das Spiel ist aber echt heftig Ich habe jetzt 186 Frames verloren Insgesamt So, alle sind tot Muss er jetzt noch drauf gehen? Oder er? Lucifer? Ich habe Ich habe den Teufel getötet Ich habe Lucifer getötet Ach, von Team Fortress Ist es das Ah, okay Das Ende Was muss ich jetzt machen? Derzeit aktiv ist Lucifer landete letztendlich in einem Bus Der ihn weg von Lucifer Ladlau brachte Du hast das Spiel durchgespielt Du hast das Spiel durchgespielt Mehr Inhalte findest du bei Extras Im Hauptmenü Ernsthaft? Das Spiel ist durch? Mehr kann ich nicht machen? Außer hier zum Bus fahren? Ich habe jetzt hier Sechs Leute Und den Teufel getötet Kann den Busfahrer Aber nicht töten Ähm Ich speichere das trotzdem einmal Ich habe das so nicht gespeichert gehabt So Extras Kampagnen Neuspiel plus Weitere Normal Irrwitz Was ist Irrwitz für eine Kleidung? Achso Das ist die Ja gut Kodierung überlassen Was ist jetzt gerade los mit dem Spiel? Ja gut Ähm Wenn das das Ende ist Ähm Das 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 ist die mitwirkende Also nicht Nicht einmal so eine Sequenz Hä? Ich Bin von dem Spiel Äh Bisschen Bisschen durcheinander Bisschen verwirrt Aber ich würde dann Jetzt vielleicht Äh Äh Einen kleinen Break machen Dann wechseln Ähm Ich müsste dann Lucius 3 dann installieren Dann würde ich darüber wechseln So könnte auch noch ein Weilchen dauern Und ähm Für YouTube sage ich schon mal Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart Ich bin's Euer Max Deus Und Ciao Thursday night Wechseln Wir brüüchten Wir brüßen k Judith Also Und Diastisch In Vielen Dank.